Ich meine natürlich Morvart. Holen wir uns Morvart. Der Mowart. Mowart, nicht Morvart. Er ist ja kein Morvart. Ah, der war... Komm, geh einfach rein und halt die Schnauze. Mowart. Mowawart. Ist doch ne Hunderasse. Mowawart. Hovawart, ich weiß. Aber Mowawart... Mowawart. Sag mal, hast du... Jetzt ist es aber auch gut. Konzentration. Wir müssen hier Vampire bekämpfen. Vampire. Ich ahne es. Gleich gibt's wieder mal einen Arsch voll. Da ist doch schon... Ah, Spinnengitier. Wieso sind die schon auf uns aufmerksam geworden? Lassen wir die Spielchen. Hol dir mal die andere Spinne da. Ah, bis du da bist. Was? Gegen den Kämpfer. So, wo kommen die denn weg? Ah, das sind bestimmt Vampirdiener. Äh, nein. Viel zu wenig Rüstung. Aber Gold ist gut. Eisenschwert. Zehn Schaden. Zu wenig. Was hast du schönes? Auch Gold. Erstmal her mit dem Gold. 25 Rüstung ist zu wenig. Alles gut bei dir? Gut. Mowart. Er hat Spinnen und Diener. Okay. Was haben wir hier? Was ist das? Nichts. Blutiger Schädel. Was? Wer hat uns entdeckt? Ach du. Okay. Mann. Schönen. Was? Wo muss ich denn überhaupt langen? Bin ich gerade doof? Oder ist mir das hier zu dunkel eingestellt? Was? Was? Wie lang muss? Ja, ich bin fest. Ne. Hier geht's nicht lang. Warte mal. Hier komme ich wieder raus. Hier ist die Tür. Ach Junge. Mach es doch einmal richtig. Hallo. Ist hier wer? Klamotten. Ganz viele Klamotten. Oh. Ja, ist ja gut. Oh nein. Ganz viele Leichen. Es tut mir leid, aber ihr braucht es eh nicht mehr. Ja. Gut. Ich brauche wieder Hut. Noch Handschuhe. Aber da, was haben wir denn da? Aber du bist ein sehr tapferer Mann. Später können wir einen trinken. Jetzt gucken wir erstmal, was uns hier erwartet. Ah, da ist ein Vampir-Diener. Ah, und der Fürst schon mal. Oh, okay. Eins, zwei, drei. Denk nicht mal im Traum daran. Jemand muss mir helfen. Was? Ich wollte gerade noch draufdrücken. Ah, ha, ha. Scheiße, der saugt mir die Lebensenergie ab. Ach, also gut. Alles nochmal. Ah, halt, warte. Ja, ich sollte aufhören, immer so voranzupressen, oder? Ja, das ist, ähm, nicht wirklich... Äh... Ich mach ja schon. Was ist denn? Was stehst du denn da oben rum? Aua. Hilfe, ich mach mich aus dem Staub. So, jetzt kommen unsere beiden. Na, wo seid ihr denn? Wir waren doch hier irgendwo. Was ist da? Ich bin doch schon da. Treff ich dich etwa? Wo ist der andere? Wo bist du? Ey, Mann, ich hab's doch gar nicht... Ist das jetzt dein Ernst? Junge, ich will dich nicht töten. Mann. Idiot. Ey, ich geh auf. Ey, ich geb auf. Echt jetzt. Mal sehen, wozu ihr fertig seid. Och, Leute. Ich wollte ihn noch gar nicht treffen Es tut mir doch leid Jetzt stehe ich hier alleine gegen die Vampire Ist das denn wahr? Ist das denn die Möglichkeit? Die Vampire ist hier 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 Ach hör doch mal auf So Es reicht jetzt Wo hast du den Ja Jetzt sind es wieder wir beide Hier ist keiner Ach da Also machen wir es nochmal so wie gerade Was hältst du davon Ja 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 nochmal beklaue ich die Tote nicht So Ja Jetzt bewegt dich doch Ist das ein Bug Ist das ein Bug? Oder blockiert er Oder blockiert da ein Toter den Weg von dem Ja 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 Und dann haben sie Tanja getötet? Wo bist du? Wo bist du? So Mann 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 Das ist ein blödes Das ist ein blödes Gehacke Ey Tut mir echt leid Aber Wie gesagt Der Käpt'n spielt Aber wir haben ja Pflanzen Pflanzen Ich dachte schon Ja Ja Aber trotzdem Spaß Ja Hier hat aber einer Hier hat aber echt einer einen Schuhfetischismus Oder? Elf Null Sieh nur gut aus Acht Null Sieben Null Sechs Oh Geschichte Nehme ich mit Lesen wir später Toll Wo ist denn jetzt Tanja? Ist der irgendwo gestorben? Na du blöder Hund Da bist du ja Mögen die Götter über eure Kämpfe waffen Wir haben es ganz gut gemacht oder? Beim zweiten Mal dann Gnade 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 und Schleck nochmal auf mich ein Gnade und Gnade und Schleck nochmal auf mich ein Gnade und Schleck Oh du linker Hund ey Ich sollte alles mitnehmen und verkaufen Aber Ich hoffe die ganzen Bücher wiegen nichts Muss ich gleich mal gucken Das nehme ich doch alles mit Acht Schadenspunkten Oh Den nehme ich mit Ein Ring der meine Gesundheit erhöht Gut gut So dann haben wir es hier jetzt Den habe ich schon Ohhhh Gold Was Was bin ich jetzt mitgenommen? Hm Ach ich gehe da mit der Kleidung Gnade und Schleck Gold, Zaubertrank, Kleidung, Wildbret, Siegkäse, Gold. Gut, so hat es sich wenigstens für uns noch gelohnt. Das war doch mal gar nicht schlecht.